So ersetzen Sie die Tonerkartusche bei HP LaserJet Pro MFP3101-3108 und MFP3101E-3108E Druckerserien. Wenn der Toner Ihres Druckers leer ist oder fast leer ist, befolgen Sie diese Schritte, um die Tonerkartusche auszutauschen. Heben Sie die Zugangsklappe zu der Kartusche an, bis sie in der aufrechten Position einrastet. Fassen Sie den Griff an der alten Tonerkartusche und ziehen Sie sie dann nach oben und heraus, um die Kartusche zu entfernen. Nehmen Sie die neue Kartusche aus der Verpackung. Sie können die gebrauchte Kartusche zum Recyceln in die Tüte und in die Schachtel legen. Achtung! Um Schäden an der Kartusche zu vermeiden, halten Sie die Kartusche an beiden Enden fest. Berühren Sie nicht die Schutzabdeckung oder die Walzenoberfläche, da dies zu Defekten bei der Druckqualität führen kann. Fassen Sie die Kartusche an beiden Seiten an und schütteln Sie sie vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen. Ziehen Sie die Abdeckung von der Vorderseite der neuen Kartusche ab, um sie zu entfernen. Fassen Sie die neue Tonerkartusche am Griff und führen Sie sie in den Zugangsbereich zur Kartusche ein. Schieben Sie die Tonerkartusche ganz nach hinten und drücken Sie sie nach unten, um sie zu sichern. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Kartuschen. Erfahren Sie unter hp.com.recycle wie Sie die alte Tonerkartusche recyceln können. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Playlists in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Klicken Sie auf die Karte-Support-Videos in der Karte-Support-Videos in der Karte-Support-Videos. Klicken Sie auf die Karte-Support-Videos in der Köense. Untertitelung des ZDF, 2020